So, da haben wir jetzt von Hymer den 678CL. Ich weiß es nicht, was jetzt der anders ist. Wir haben hier DL, also Dynamic Line, und CL wird dann Comfort Line sein. Schauen wir, ob der komfortabler ist als unserer. Also man sieht schon zwei Unterschiede hier vom Plan. Er ist also 2,35 m breit und der ist ja nur 2,22 m und deswegen natürlich etwas komfortabler. Und er hat den Kleiderschrank nicht wie wir links vom Kühlschrank, sondern er hat ihn links vom Bad von oben gesehen, was wir ja nicht für so gut halten. Die Heckgarage unterscheidet sich von unserem Fahrzeug nicht. Gaskasten ist etwas besser als bei uns. Die sind hier nebeneinander angebracht und gehen nicht in den Raum hinein. Wir haben ja hier diesen kleinen Schlauch, aber ich gehe davon aus, dass das dafür ein bisschen auf Kosten des zweiten Schrankes geht. Und das schauen wir uns jetzt mal an. Außerdem haben wir hier einen Auszug, was ich besser finde. Ja. Schau mal hier, da ist ja noch ein Absatz. Du musst die schwere Flasche hier reinfrieseln. Ja. Gut, da kann man geteilter Meinung sein. Also ich würde es schon begrüßen, wenn die Gasflaschen nebeneinander wären und ich den Auszug nicht bräuchte. Aber wo sie sieht es anders. Schauen wir mal, wie es von innen wirkt, wenn die Flaschen, die Gasflaschen nebeneinander sind. Also das Batteriefach würde ich sagen, das ist bei uns etwas breiter und damit auch etwas leichter zugänglich. So, hier sind wir jetzt im Fahrzeug innen und man sieht die zehn Zentimeter mehr. Osi, macht das wieder aus? Auf den ersten Blick nicht, ja. Es scheint, der Durchgang ist breiter. Der Tisch ist ja größer, lässt sich der erweitern? Nein, auch ein Minitisch, also ich verstehe die Firma Hymer nicht. Dass die nur solche Minitische einbauen. Wie soll für fünf Personen, wie sollen die hier essen auf dem Minitisch? Zumal man mal ganz klar sagen muss, der hier sitzt, der kann ein bisschen rüber schungern. Das kann man ja hin und her schieben, das kann man schon hin und her schieben. So, dann die Lösung, die man hier hat. Er hat auch hier, wie man sieht, einen Absatz. Also ist der Doppelboden auch etwas anders untergebracht. Da haben wir den großen Kühlschrank. Und den Schrank, den wir, wenn man davor steht, rechts vom Kühlschrank, der ist hier rechts vom Bad. Und das finden wir eben nicht so praktisch, weil wir auch Küchenutensilien wie Öl und so weiter da drinnen haben. Hinten ist ähnlich wie bei uns. Hat sich kaum was geändert. Aber die Dusche, also so möchte ich die Dusche nicht haben mit dieser Schiebetür. Erstens, wenn man in der Dusche steht, bei uns ist die Dusche, die Duschtrennwand bis ganz nach vorne gezogen. Was wesentlich schöner, auch optisch schöner ist. Dann sieht man hier den Radkasten in der Dusche. Das sieht man bei uns auch nicht. Und die Toilette, kann man das als Raumfahrt nutzen? Ja, das sieht so aus. Hier kann man das sehen. Ja, man kann es als Raumfahrt nutzen. Aber man kann die Tür nicht ganz auf die andere Seite nicht aufmachen. Aber auch hier hat man wieder keine Abtrennung zwischen Schlafbereich und Badbereich. Das heißt, auch hier muss man wieder manuell einen Vorhang einziehen, wie wir das auch gemacht haben. Halbe Sache, Firma Hümer. Kann man so sagen, Osi, oder? Osi, wie immer moderat. Ja, ich möchte unseren Vorhang nicht missen. Ja, also den braucht man schon. So, hier ist der Schrank, den wir auch haben. Aber mit dem Unterschied, unser Schrank ist etwas breiter. Unser Fahrzeug ist 7,50 Meter lang. Wir müssen mal schauen, wie lang dieses Fahrzeug ist. Ich meine 7,45 Meter oder so. Also nicht viel... Nicht viel kürzer. Also der Schrank ist kürzer, ist nicht so breit wie unserer. Und ihr seht selber, wie viel Raum da drinnen ist. Wenn man einen ordentlichen, mit den ganzen Kleiderfächern, die man im Schlafbereich hat, bringt man also Hemden, T-Shirts, Unterwäsche und alles komfortabel unter. Ist also sehr geeignet für zum Beispiel Brot und weitere Küchenutizilien, weil die Küchen ja doch nicht so groß sind in den Wohnmobilen. So, hier haben wir den Unterschrank, den Kleiderschrank. Der ist ähnlich wie unserer. Geht aber nicht so ganz tief runter. Und dann haben wir unter dem anderen Bett auch noch einen Schrank. Der ist etwas besser zugänglich als unserer, würde ich sagen. Also, mit den Schränken unter den Betten, beides Vor- und Nachteile. Da würde ich jetzt keinen variierenden Unterschied zu unserem nehmen. Aber für mich fällt das Fahrzeug nicht die Frage, weil kein Doppelboden vorhanden ist. Durchgängig, so bieten wir an. Und weil dieser Zusatzschrank, weil dieser Zusatzschrank nicht im Küchenbereich ist. So, unsere Auszüge sind ein bisschen anders. Hier hat man so ein Gewürzbord. Aber so viel Gewürz hat wahrscheinlich kein dabei. Aber für Essig und Öl. Für Flaschen, ja. Also das finde ich jetzt gar nicht übel. Aber das geht natürlich auf Kosten von der Breite von unserer Auszugsschränke. Und unsere Schränke sind voll. Ja. Und hier ist der Müll. Das ist extra nur für Müll. Ja. Auch zu klein. Das finde ich jetzt ein bisschen. Ah, weil da unten wahrscheinlich die Gasflaschen sind. Ah ja, genau. Da ist der Nachteil von den Gasflaschen. Das ist so. Da kommt mir jetzt auch etwas... Also, ich glaube... Also, das ist immer... Ich bin mir jetzt nicht sicher. Aber ich meine, in unserer Küche ist etwas mehr Platz für Sachen zu verstauen. Ja, ja. Das hat damit zu tun mit den Gasflaschen, die nebeneinander liegen. Und bei uns sind sie im Auszug drinnen. Es ist immer wieder ein gutes Gefühl, wenn man in ein Fahrzeug reingeht, was bei unserer... zu unserer Zeit, wie wir es gekauft haben, noch nicht auf dem Markt war. Und man sagt uns, es ist besser. Gehen wir Sie? Ja, aus unserer Sicht auf jeden Fall. Ja. Auf uns kommt sie an in unserem Fahrzeug. Ja. Und wir sind mit der Aufteilung und der Ausstattung von unserem Kostel zufrieden. Jawoll. Das ist die Beifahrerseite im Fahrerhaus. Muss ich sagen, das sieht gut aus. Und ich glaube, da kann man auch mehr anfangen mit dem, wie es wir haben. Das Cockpit hat auf jeden Fall profitiert. Es schaut, das muss ich ganz klar sagen, deutlich besser aus als unseres. Also das Cockpit ist wesentlich schöner als unseres. Das ist ein kleiner Neidfaktor, der bleibt wesentlich eleganter und auch wesentlich praktikabler als unseres. Unseres habe ich von Anfang an etwas als verbaut eingestuft. Für eine Firma, die so lange schon Erfahrung hat mit Wohnmobilen. Das schaut wesentlich besser aus. Hier haben wir das Panel für die Elektronik. Das ist bei uns hier oben angebracht. Da haben wir jetzt gar nichts mehr. Und dafür haben wir dieses kleine Schränkchen über, in das wir ähnliche Utensilien reinstecken können. Also auch hier die 10 cm mehr bringen nicht mehr Staudaum. Sondern das Fahrzeug ist einfach an dieser Stelle ungünstiger gestaltet als unseres. Also von der Länge hat er 7,45 Meter. Das ist genauso wie unserer. Und da würde ich sagen, da ist unser besser aufgeteilt als dieses Fahrzeug. So, also da haben wir hier jetzt das Exis-Modell von unserem Fahrzeug. 6,7,8. Also unser Modell als Exis. Da haben wir schon letztes Jahr im Caravansalon ein Video gedreht. Und da sieht man aber jetzt auch, so ist es auch bei uns, dieser Schlafbereich. Und ich finde gerade zu dem eben gezeigten Modell 6,7,8 CL, dass also hier der Duschbereich etwas angenehmer ist. Aber auch hier ist dieser Zusatzschrank, der bei uns rechts vom Kühlschrank ist, rechts vom Bad untergebracht. Und wir schätzen das eigentlich anders schon sehr. Ja. 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 Ja.